Du willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur beim Marktführer MMOGA. Hallo und jetzt willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem World Cup Account. Ich hab's ja schon angekündigt, heute müssten wieder zwei World Cup Episoden kommen. Und jo, ich würde mal sagen, wir ziehen jetzt hier erstmal ein Päckchen. Und ich hab mir überlegt, vielleicht spielen wir einfach nochmal mit den Asiaten. Also, es war ja eigentlich ganz nice und ja, ist da nicht so das Standardmäßige mit Ronaldo etc. pp. Und deswegen können wir das eigentlich so nochmal machen. Aber jetzt hier erstmal nochmal ein Päckchen und da gucken wir mal, kriegen wir natürlich mal wieder nur Verträge und so eine Kacke. Das brauchen wir natürlich nicht. Donovan. Ach, den hatten wir das letzte Mal anscheinend noch nicht, wo wir dieses Konkaf gespielt haben. Weil den haben wir noch nicht gespielt, glaube ich. Jo, da müssen wir dieses Konkaf vielleicht irgendwann nochmal spielen. Beziehungsweise werden wir es sicherlich nochmal machen. Aber jetzt wäre ich, wie gesagt, nochmal dafür, dass wir jetzt vielleicht nochmal mit den Asiaten spielen. Dieses Video ist für Samstag. Vor gestern Abend kam ja die erste Frauen-Episode raus. Wisst ihr wahrscheinlich auch. Ich würde mal sagen, das Video mit den meisten Dislikes, aber auch mit, ja sozusagen mit den meisten Likes. Und ja, das ist dann natürlich immer so ein Ding. Ich meine, ich kann die Disliker ja vollkommen verstehen. Weil, haben sie auf der einen Seite natürlich recht, das ist ein FIFA-Channel. Also, was heißt, ja, es kam bis jetzt halt nur FIFA. Aber, und es soll natürlich auch im Großen und Ganzen bei FIFA bleiben. Klar, keine Frage. Ich will jetzt nicht irgendwie auf COD umschwenken oder sonst irgendwas. Das steht gar nicht zur Debatte. Aber ich habe mir gedacht, das ist doch gar nicht mal so schlimm. Im Hintergrund läuft ja immer noch ein FIFA-Gameplay. Ist ja nicht so, dass das nicht laufen würde. Und im Vordergrund labere ich so ein bisschen. Und eigentlich sind ja auch die Geschichten, die ich so erzähle, das ist ja immer sowas, was relativ beliebt ist. Und in dieser Frauenserie werden ja auch immer Geschichten vorkommen. Das heißt, es ist ja nicht immer nur, ja, Theorie. Sondern ich werde ja auch immer noch eine Geschichte dazu erzählen. Hinzu kommt. Einige zum Beispiel haben gesagt, ja, ich bin schon so lange mit meiner Freundin zusammen oder sonst irgendwas. Ich brauche das nicht mehr. Ob ihr es mir glaubt oder nicht. Diese Serie bringt euch nicht nur weiter, wenn ihr keine Frau habt, um eine Frau zu bekommen. Sondern auch, wie es auch im Titel steht, eine Frau zu behalten. Weil ich könnte schwören, wir spielen jetzt übrigens gegen den Gruppenersten. Der hat das erste Spiel anscheinend 7 zu 1 gewonnen. Mit Manchukic, Benzema, Iniesta, Pogba, Navas, Hazard, Ramos, Hummels, Lahm, Alba und Neuer. Ja, ja, alles klar. Ich schwöre gegen Gruppenersten. Es bringt euch auch weiter, wenn ihr aktuell in einer Beziehung seid. Weil ich schwöre drauf, ihr werdet manche, ja, sozusagen Beispiele erkennen, dass ihr genau dasselbe schon mal erlebt habt. Und ich könnte schwören, dass ihr in Anführungszeichen die falsche Lösung anvisiert habt. Das heißt, ihr hättet die und die Situation um einiges besser lösen können. Ja, wenn ihr es halt anders gemacht hättet. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, bei mir läuft alles komplett perfekt. Ich hatte noch nie Probleme. Und meine Freundin würde niemals mit mir Schluss machen. Aber dann würde ich sagen, lügt ihr euch selber ins Fäustchen. Weil eine Beziehung, wo es überhaupt keinen Stress gibt, gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt dann nur die Unterschiede, wie man auf diesen Stress reagiert, sozusagen. Und ja, ich bin der Meinung, ihr könnt auf jeden Fall noch was rausziehen. Aber wir wollen uns jetzt nicht darum kümmern, weil wir wollen uns jetzt hier um das Spiel kümmern. Wir haben eben schon gesehen, im ersten Spiel hat er schon einige Buden gemacht. Hat auch ein ziemlich nices Angriffspärchen. Ich würde es ja auch ganz gerne mal spielen. Aber wir ziehen diesen verkackten Benzema einfach nicht. Ohne Scheiß. Der würde mir, glaube ich, sogar mehr gefallen als Messi. Na gut, wollen wir nicht übertreiben. Messi hätte ich schon, glaube ich, noch einen Ticken lieber. Aber Benzema ist dann, glaube ich, schon so echt die Top 2 auf der Liste, die ich unbedingt haben möchte. Aber er will einfach nicht kommen. Jetzt hier wieder unser Biest. Aber Ramos ist anscheinend noch mehr Biest. Ja, ich habe echt voll Bock auf Benzema. Aber irgendwie will es nicht so ganz funktionieren, dass wir den mal ziehen. Ich meine, der ist ja noch nicht mal so sonderlich hoch bewertet. Und ich muss auch sagen, ich sehe... Na gut, doch, der ist ein 88er, ne? Sorry, da habe ich mich jetzt gerade vertan. Ich muss sagen, ich sehe den so häufig bei gegnerischen Teams. Aber der will einfach nicht von uns gezogen werden. Ich meine, wir haben ja schon alles Mögliche. Wir müssen schon fast an die 1100 Objekte jetzt anklopfen. Da vorne durch. Schöne Ding. Auf Cruise. Der mit rechts... Ah doch, wir haben doch, glaube ich, gestern rausgefunden, dass der mit rechts schießen kann, oder? Naja, ist ja auch Latte. Auf jeden Fall, Benzema kriegen wir irgendwie nicht gebacken, den mal zu ziehen. Ach, Navas hier. Durch seinen Pace-Vorteil holt er sich hier den Ball wieder. Das war ein sehr knappes Upside-Vormann Schukic. Ich habe zwar gesehen, dass er im Upside war. Also ich war der Meinung, es zu sehen. Aber es ist fucking knapp gewesen. Es war auch eigentlich klar, dass er diesen Pass spielen will. Aber das sind so Situationen, da überlegst du dir, ziehst du den einen Verteidiger lieber von dem Passgeber weg. Oh, wieso bleibst du denn stehen? Ich weiß auch nicht, was gerade mit den Lecks los ist. Jetzt leckt es gerade mal ziemlich abnormal. Und das ist mal ziemlich eklig. Naja, gucken wir mal. Jetzt hört er anscheinend wieder auf. Dann wäre ja alles okay. Was ist jetzt los? Keine Ahnung. Ganz komisch irgendwie gerade. So, Iniesta. Spielt er hier vorne noch mal auf Manchu. Nehmen wir da hier. Ui. Ich dachte, er bringt den auf Benzema. Ja, und das ist jetzt, ich sage ein Tor. Aber nee, macht unsere IV gut. Manchukic geht ausnahmsweise mal nicht heftig ins Kopfballduell. Was man ja eigentlich von ihm so kennt. Freut mich natürlich. So, aber das mit den Lecks stört mich jetzt. Hat überhaupt nicht geleckt vorher. Und jetzt ist es schon ziemlich abfuckt. Da hinten ist wieder der schnelle durch. Ich glaube, das ist der Uck immer. Ja, der Uck macht das auch ganz gut. Bringt die Flanke. Aber das ist auch ein bisschen zu weit nach hinten. Von da kriegst du, glaube ich, eher keinen Kopfball rein. So, dann ist der Pogba. Laufen wir erstmal hier. Uh, da wurde mir der Spieler abgewählt. Da müssen wir mal ganz kurz hier nochmal was gucken, Jungs. Der Ball war ja nicht in der Luft. Deswegen dürfte der mir eigentlich nicht den Spieler abwählen. Weil ich habe Spielerwechsel. Ach, das ist jetzt auf Auto. Was soll denn die Scheiße? Bälle in der Luft habe ich nämlich hier immer. Oder ich habe jetzt aus Versehen einen anderen Controller. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ja, das ist nämlich auch immer eine Frage. Wie meine Controller-Einstellungen sind. Die sind ganz Standard. Nur, dass ich bei Spielerwechsel Bälle in der Luft habe. Und da habt ihr gerade eben gesehen. Da hat der Gegner einen Pass gespielt. Einen ganz normalen Flachpass. Also der Ball war nicht in der Luft. Und trotzdem wurde mir der Spieler abgewählt. Und deswegen habe ich da mal ganz kurz nachgeguckt. Weil ich habe das schon ganz gerne, dass ich erst wenn... Ah, ich muss hier grätschen. Hui, alter. Ja, da habe ich sozusagen doppelt Glück. Einmal, dass ich keine rote bekomme. Und zum Zweiten, dass mein Keeper das echt gut macht. Hier draußen haben wir noch ein bisschen Probleme. Der Uck, der läuft wirklich immer sehr gut. Aber man muss halt sagen, er läuft gegen Jordi Alba. Und da hat er natürlich auch so seine Probleme. So, Uck, hol dir mal das Bällchen. Den Ucken war jetzt mal... Machen wir mal nach hier hinten. Okay, da wollte ich eigentlich gar nicht hinhaben. Aber auch okay. Wenn wir die Flanke vielleicht reinkriegen. Und da kommt unsere 1-7... Ich weiß nicht, was das mit den Lecks hier auf einmal ist. Wie gesagt, also manchmal leckt es halt kein bisschen. Ui, ui, ui. Ja, Gott sei Dank macht er sehr oft diese Flachpässe. Nämlich dann immer genau in meinen Mann rein. Das ist natürlich dann immer relativ schön. Aber das passiert halt auch nicht immer. Ah, da haut er uns hier von den Beinen. Das ist auch sehr ärgerlich natürlich. Sonst hätte unser Mann hier einfach durchstarten können. So, nochmal auf die Außen durch. Jetzt bringen wir das Ding vielleicht nochmal schön lang hinten auf unseren Großen. Aber ich muss sagen, der hat momentan noch überhaupt keinen Stich. Gegen Hummels und Ramos. Beziehungsweise, ich glaube, meistens ist er im Kopfballduell gegen Ramos gewesen. Ja, nochmal. Kriegen wir nochmal hier auf die Seite durch. Ja, ich würde ja am liebsten... Ja, ich wollte jetzt gerade nämlich nicht flanken. So, hier nochmal einen in die Mitte. Ah, da kommt dann noch ein Pogba hinterher. Ja, bis jetzt würde ich sagen, wir sind schon drückend. Weil das Einzige, was er macht, ist eigentlich Kontern. Aber das Problem ist, richtig gefährlich werden wir aktuell noch nicht. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Oh, hier wieder so ein typisches FIFA-Alle-Laufen-Inneinander-Ding. Oh, wie mich das aufgeregt hätte, wäre dieses Ding drinnen gewesen. Vom Mandzukic mit der Nummer 1. Ich weiß auch nicht, was die hier für ein Fail eingebaut haben im WM-Modus. Dass die Leute hier mit der Nummer 1 irgendwie vor einem Sturm rumhängen und so. Ich glaube, Nummern kann man ja hier nicht zuweisen. Weil sonst würde man natürlich sagen, ja, okay, hat er ihm zugewiesen. Aber ich glaube, im WM-Modus geht das mit dem Zuweisen der Nummern nicht. Schön hier gemacht von unserem IV. Hier nochmal einen weiter. Ball durchlassen. Klappt so halb. Nochmal hier weiter auf die Außen. Iniesta kommt von hinten. Und Iniesta, Zweikampfkünstler. Hier nochmal in die Mitte. Und jetzt der Endo. Und da kommt der Ball nochmal. Aber Matzo Hummels hält ihn wieder auf. Ja, Karim. Gegner wahrscheinlich auch ein bisschen pissy. Spielt er hier gegen so ein Silberteam mit seinen Top-Leuten. Aber eigentlich wird er schon ein bisschen dominiert. Problem ist halt nur, dass er abwehrtechnisch das wirklich gut macht. Muss ich zugeben. Er steht hinten wie ein Bollwerk. Und vorne ist halt sehr gefährlich mit seinen schnellen Kontern. Ich meine, bis jetzt konnten wir noch alles ganz gut, ja, sozusagen abwälzen. Aber es muss halt nur einmal was durchkommen. Und dann bist du am Arsch. Ja, das sagt nämlich auch das, was ich mir gedacht habe. Also, so vom Spielanteil her sind wir schon vorne. Aber wir kreieren halt echt keine gefährlichen Chancen. Und das liegt an seiner wirklich sehr guten Verteidigung. Ja, ich sag mal so. Also, ich glaube, in diesem Spiel kommt es sozusagen ein bisschen aufs Lack an. Wer zum Beispiel das erste Tor macht. Und das war nämlich zum Beispiel nicht Lack, sondern Pech. Dass die Leute sich hier immer ineinander laufen. Das ist auch sowas, was mich ziemlich abfuckt. Aber du kannst es kaum verhindern. Das kommt halt immer auf die Verteidigungsweise an. Jetzt ist Navas mal durch. Man Schukic steht. So, bringen auf die Außen. Sehr schön. Nochmal einen weiter. Nehmen wir nochmal Mitte mit. Nochmal hier einen weiter. Nochmal auf die Außen. Da steht er schon wieder mit der ganzen Truppe. So, kriegen wir aber hier noch schön durch auf dem Heumingsson. Und jetzt hier vorne durch. Komm. Der ist durch. Der ist durch. Ah, muss sich flanken. Da kommt sogar so halb die Flanke noch. Ich dachte, er führt den Schuss aus. Den ich nämlich vorher gedrückt hatte. Sehr ärgerlich hier. Verlieren wir den Ball an Iniesta. Will er hier den Lob bringen auf Eden Hazard. Aber der geht Gott sei Dank ins Aus. Sehr schön. Ich überlege als... Ich will eigentlich nicht unsere Dominanz aufgeben, indem ich zum Beispiel auf Defensiv schalte. Aber man sieht das des Öfteren. Manchmal läuft er wirklich mit 3 gegen 3 gegen unsere Abwehr. Weil wir halt ein bisschen zu sehr aufgerückt sind. Und das ist halt fucking gefährlich. Vor allem mit seinen Spielern da vorne. Ich muss sagen, dafür, dass wir eine Dreierkette spielen, konnten wir bislang auch relativ gut die Flanken verhindern. Was natürlich bei ihm wichtig ist. Weil er mal einen Schukic und Benze vorne stehen hat. Aber das ist ein Spiel auf Messers Schneide, muss ich sagen. Ja, nochmal vorne durch. Der kann sich nicht durchsetzen, der Uck. Ich muss sagen, der Uck, der ist, glaube ich, echt ein Guter. Aber man muss auch einfach sagen, der steht hier auf sehr schwerem Posten gegen den lieben Herrn Roddy Alba. Das muss man halt einfach mal mit dazu sagen. Manchukic will die Flanke bringen. Hinten steht Benze. Aber von da dürfte der Benze eigentlich auch noch nicht mal ein Ding reinmachen. So. Nochmal einen nach vorne. Denkst du dir? Kommt er irgendwie noch dazwischen? Manchukic? Haben wir erst abgefangen. So. Nochmal einen auf die Außen. Ah, und er läuft da vorne. Uh, da vorne jetzt springen. War der jetzt abgefälscht? Ich hoffe es mal. Uh, der ist noch im Spiel. So, schön abgeprallt. Ja, Paul Pogba. Müssen wir jetzt hier nach hinten spielen und wieder nach vorne raus. Sehr guter Gegner auf jeden Fall. Also lange nicht mehr gegen eingespielt, der wirklich vor allem auch so gut verteidigen kann. Oh, und Iniesta, Alter. Das ist bei ihm irgendwie, weiß ich nicht, der Jaya Touré. Uh, jetzt mal, komm, ein bisschen frühere Flanke. Oh, und wieder. Also im Luftkampf haben wir kaum eine Chance. Oh, und dann schöne Fackel hier vom Endo, glaube ich. Von der Strafraumkante. Aber leider ein bisschen zu unplatziert. So, Manchukic wartet. Habe ich mir gedacht, dass er auf den Loppers wartet. Aber ehrlich gesagt, da musst du halt auch immer gucken, wo du genau verteidigst. So, der kommt ein bisschen nicht so platziert. Ziehen wir uns hier nochmal einen Mann dran. Ja, kriegt er noch rausgelobbt auf die Seite. Auf dem Rodi Alba. Der legt sich den Ball vor. Und er wartet. Okay. Und jetzt bringt er die Flanke Karim Benzema. Alter, was ein Spielchen hier. So. Dann bringen wir da ein Eckchen rein. Das wäre natürlich wieder ein bisschen ärgerlich, eine Ecke. Aber passiert halt. So, Hoin Ming Son. Ja, ist... Na gut. Gegen Navas hat er dann mal leider Gottes wieder keine Chance. So. Schöner, langer Einwurf. Bringen wir hier nochmal in die Mitte weiter. Ah. Werden wir zu viel gepusht. Hui. Ballernahme war jetzt nicht so pralle. Nochmal einen weiter. Nochmal einen zurück. Und jetzt vorne drüber. Sehr schön. Und jetzt der Alter. Genau so sollte er kommen. Das Ding ist sicherlich nicht immer drin. Aber das ist ein sehr schöner Abschluss hier von unserem Kapitän gewesen. Direkt weitergeleitet. Und dann halt ins lange Eck das Ding gezirkelt. Und ja, das macht er wirklich auch sehr gut. Huiuiui. Okay, weiter geht's hier. Anstoßtrick. Nein, anscheinend nicht. Sehr schön. Okay. Ich glaube, ich werde eher auf Druck setzen. Das heißt, ich werde nicht auf Defensiv schalten. Und ja, vertraue einfach drauf, dass wir das so machen wie in den ersten 70 Minuten. So. Hier nochmal einen weiter. Nochmal einen in die Mitte. Und jetzt außen wieder durch. Aber Jolli Alba steht, glaube ich, auf dem Posten. Na, vielleicht kriegen wir noch einen Wurf. Nee, nicht ganz. Leider. Schade. Und gibt, glaube ich, auch einen Abstoß. Ja. Uiuiui. Das spielt uns hier mal schön in die Füße. Aber ich mache das nicht so pralle. Aber vielleicht nochmal. Oh, Son, Alter. Son geht nicht auf den Ball zu. Sonst hätten wir natürlich schießen oder flanken können. Oh, da vorne. Scheiß die Wand an. Alter Vater. Oh. Ja, Karim. Da kannst du natürlich unserem IV keine Vorwürfe machen. Benzema ist einfach schneller. Und der hat auch noch einen Körper dazu. Deswegen wäre das jetzt einfach, ja, unserem etwas offensiven Spiel geschuldet gewesen. Nochmal in die Mitte. Nochmal einen zurück. Denkst du dir? Sergio Ramos ist dazwischen. So. Sergio Ramos. Schöne Grätsche. Ich weiß nicht von wem. Aber war ganz hübsch gemacht hier. Und hier auch wieder schön gemacht. Weiß nicht. Ich kenne die ganzen Jungs leider nicht. Ich nenne ja eigentlich sehr gerne Spielernamen. Aber das ist mir hier fast unmöglich. Außer Marston und den Ugg. Oh, jetzt kriegen wir einen. Jetzt kriegen wir einen. Obwohl. Ne. Hatte die Flanke zu weit gezogen. Ich habe den Verteidiger von Benzema weggezogen. Aber hinten der war dann relativ frei. Scheiße, wieso sind das jetzt alles so dichte hier? Ah, fuck. Ja, jetzt habe ich gerade den auf der Außen gesehen. Ich weiß nicht, vorher habe ich den irgendwie nicht wahrgenommen. Und dann habe ich das Ding jetzt einfach nach vorne gefackelt. So, Navas. So, jetzt nochmal einen Ball auf Navas durch. Die Jungs in der Mitte sind natürlich drin. Sehr schön. Aber natürlich auch sehr scheiße. Weil Eckball 89. Wir wissen immer, was los ist. Alter, er spielt sogar auf sehr defensiv. Jetzt noch. Er spielt sogar jetzt noch auf defensiv. Defensiv ist es. Nicht sehr defensiv. Aber defensiv müsste es auf jeden Fall sein. Sehr stark von Ramati, dass er das Ding auch in die Hand nimmt. So, vorne am Mittelkreis steht wer von uns. Kommt leider mal wieder direkt auf den Gegner. So. Bringt er hier nochmal den Lob durch. Bringt er hier. Alter. Gott sei Dank ziemlich beschissene Ballernahme von Manczukic. So, Heumingsson. Ja, hier nochmal einen rüber. Ah, müssen wir nochmal rüberbringen. Scheiße. Ah, das habe ich schlecht ausgespielt. Aber ich muss auch sagen, er hat es auch wieder gut verteidigt. Huiuiui. Was für ein Game hier. 1 zu 0 geschippt. Ich würde gar auch nicht sagen unverdient. Ich meine, es wäre auch in Ordnung, wenn es ein Unentschieden gewesen wäre. Aber geiles Spiel. Gegner unglaublich stark gewesen. Muss ich mal so sagen. Also, so verteidigt hat schon lange keiner mehr gegen mich. Nicht schlecht gemacht von dem Herrn. Respekt. Aber einmal haben wir es dann doch gepackt, die Abwehr zu knacken. Und der Uck macht dann... Ne, Uck ist unser Außenspieler. Ich weiß gar nicht. Wuck oder Huck oder keine Ahnung. Auf jeden Fall unser Stoßstürmer da vorne macht das wichtige Spiel. Äh, wichtige Tor natürlich. Der Guck ist es. Ja, der hat die Bude gemacht. Torvorlage gab es vom Endo. Alter Vater. War ein heftiges Spiel auf jeden Fall. Ja, Statistik ist fucking ausgeglichen. Wir hatten natürlich immer mehr Spielanteile. Aber man sieht das schon auf den Schüssen, äh, aufs Tor. Beide von uns nur zwei Schüsse aufs Tor. Das heißt, wir haben beide wirklich relativ solide verteidigt hier. Und ich muss sagen, hat schon Spaß gemacht. Weil das wäre auch so ein Spiel gewesen, wenn es unentschieden ausgegangen wäre. Oder von mir aus auch 1 zu 0 für den Gegner. Ich hätte mich da nicht beschwert. Der Gegner war einfach ein guter. Und, äh, ja. War ein schönes Spiel. Definitiv. Ich denke mal, äh, weil Spannung bis zum... Zum Ende auch drinne war. Müsste das auch eigentlich ganz hübsch zum Ansehen gewesen sein. Ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass ich... Am Anfang habe ich ja noch ein bisschen gequasselt über Frauenserie. Was weiß ich. Bin ich relativ froh, dass ich da noch keinen gefangen habe. Weil hätte ich da einen gefangen... Ui, ui, ui. Wäre, glaube ich, nicht so schön gewesen. Na was? Ist zwar ganz hübsch im Einspieler-Pack. Aber haben wir halt schon. Bringt uns auch nichts. Weil am Anfang habe ich den Gegner natürlich noch nicht einschätzen können. Und hätte ich da natürlich jetzt einen draufbekommen... Oh, das wäre, glaube ich, nicht so hübsch gewesen. Naja. So, jetzt hier nochmal ein Päckchen gezogen. Nächste Episode spielen wir dann wahrscheinlich mal das erste Spiel im normalen Foot mit unserem neuen Hybrid. So, fünf Ligen, fünf Nationen. Und da spielen wir dann mal eine Runde mit. So, hier das nochmal eingelöst und das nochmal abgestoßen. Joa, ansonsten würde ich sagen, sind wir hier für die erste Episode durch. Und ja, wie gesagt, war doch ein hübsches Spiel. Gucken wir mal, gegen wen wir in der dritten Runde in der Gruppenphase da noch antreten. Lassen wir mal gucken. Ja, das ist dann einer, der noch nicht feststeht, sozusagen. Aber auf jeden Fall spielen wir anscheinend gegen einen, der eine Niederlage schon hat. Naja, schauen wir mal. So, ich würde mal sagen, dass... Ach, wir haben übrigens beide Spiele mit den Asiaten mit null Gegentoren überstanden. Das heißt, insgesamt fünf Tore zwar nur gemacht. Na gut, dafür aber im ersten Spiel vier. Und kein Gegentor gefangen. Also, das ist schon mal relativ ordentlich. Ich würde mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da. Schreibt was in die Kommentare und kommt natürlich mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut. Ciao. Ciao.